So Leute, da bin ich mal wieder, aber mit diesmal einem ganz anderen Thema, nämlich des öfteren wurde ich halt privat angeschrieben, so nach dem Motto, wie viel verdienst du eigentlich, wie viel hast du bisher verdient, die Aufrufe und so, das kann man ja alles nachgucken, indem man einfach auf die Kanal-Info drauf geht, das ist ja ziemlich simpel, aber in dem Video will ich euch wirklich mal zeigen, was ich jetzt seitdem ich Fortnite am streamen bin und die Videos gemacht habe, was ich halt so für Aufrufzahlen hatte und wie die Einnahmen sind. Ich meine, auf YouTube darf ich das Ganze machen, auf Twitch ist es ja verboten, aber da ist es eigentlich auch ziemlich simpel, beim aktiven Streamer auszurechnen, zumindest mal was die letzten 30 Tage betrifft, nämlich da könnt ihr ganz einfach die Faustregel machen, pro Stab hat derjenige 1 Euro abzüglich Steuern übrig, plus minus natürlich ein bisschen, kommt immer drauf an, was für Verträge ausgehandelt wurden mit Twitch zum Beispiel. Bei YouTube ist bei mir in den Einnahmen natürlich alles enthalten, heißt, alle Videoaufrufe, alle Spenden, alle Mitglieder, alle Stickerbezahlungen, sage ich jetzt mal, wenn ihr im Chat seid und wollt einen Sticker reinposten, aber so viel war das nicht, was die Donation betrifft, aber das werden wir gleich sehen, da kam natürlich einiges zusammen. Dann muss ich natürlich auch Danke sagen an jeden Einzelnen, der jedes Video kommentiert, ein Like da lässt, auch wenn einer länger nicht aktiv war. Ich kann halt wirklich, was das betrifft, immer nur Danke sagen, wenn ihr ihn gleich die Endsumme sehen, beziehungsweise die Endsumme seht von YouTube. Nur was Einnahmen aus Video und Spenden sind, das ist schon ein bisschen krank. Dafür, dass ich das eigentlich nur so nebenbei mache. Andere sitzen halt vorm Fernseher, ich sitze halt lieber am PC. Ich sage ja, ich habe aufgehört quasi mit YouTube, kann man so sagen, weil ich halt mehr streamen wollte und die Aufgaben mir in Fortnite quasi zu leicht waren und ich mir halt irgendwie auch nicht nachlassen sagen will, ja, du machst das Video nur wegen Clickbait und etc. Aber ich hatte da zum Beispiel auch mit Luca länger drüber geredet, auf YouTube geht es eigentlich nur um nackte Klicks. Sind wir mal ehrlich, jedes Video, was gemacht wurde, wurde mit dem Hintergedanken gemacht. Klar, man will den Leuten helfen, so war es zumindest bei mir. Aber natürlich, warum soll man nicht auch damit Geld verdienen? Im Prinzip kann es jeder machen, nur das Problem ist, es ist wirklich nicht einfach. Also manchmal sitzt man dann hier und denkt sich, toll, dafür hast du dir so viele Gedanken gemacht. Wenn ich dann andere YouTuber sehe, die quasi hingehen und da stundenlang rumschneiden und hast du sie nicht gesehen und dann am Thumbmail drei Stunden. Also da muss ich dann echt sagen, da verstehe ich dann manche schon, warum sie gefühlt nach ein, zwei Monaten keinen Bock mehr haben, weil einfach die Aufrufe nicht kommen. Aber ich würde sagen, wir reden auch nicht mehr so viel drumherum, denn ich denke mal, ihr wollt Zahlen sehen. So, dann gehen wir nämlich mal rüber. Also, so sieht das immer bei mir aus. Das sind die letzten Videos. Aber gehen wir erst mal darauf, welches Video hat bei mir die meisten Aufrufe. Einige von euch werden sich 100% an die alten Aufgaben erinnern. Ihr wisst ja, ich habe erst diesen 1, 10, nein 10 habe ich angefangen. Da kommt zum Beispiel, Eliminierung bei Risky Wheels, der Risky Wheels, da fehlt sogar ein Oder. LOL, noch ein Tippfehler drin. Ach ne, da färb ich, ah, ich lasse immer die Kommas weg, extra. Weil du immer Angst hast, wenn da ein Komma ist, wird es nicht gefunden. Also, das Video hatte 25.000 Aufrufe, dann Spezialistenehrung, hatte 18.000 Aufrufe. Ihr dürft nicht vergessen, es kommen immer wieder noch natürlich neue Aufrufe dabei. Deshalb sind da einige dabei, wie zum Beispiel, Rette die Welt. Ihr seht selber, 13.000 Aufrufe, nur mit dieser einen Mission. Jeder, der Rette die Welt gespielt hat, weiß, dass das eigentlich nur eine Aufgabe ist, die in Rette die Welt ist. Ganz ehrlich, ich kann euch nicht mal mehr sagen, was da drin vorkommt. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich wissen. Dann auch hier, Klettere auf den höchsten Berg. Das sage ich ganz ehrlich, es war doch eigentlich ziemlich simpel. Dann, was ich halt wirklich heftig finde, sind halt 8.000 Aufrufe auf, erziele Kopfschüsse bei Spielern. Da denke ich mir, hä, wissen die Leute nicht, was ein Headshot ist? Weil warum hat das 100 Kommentare? LOL. Eieiei, da sind halt so einige dabei. Auch hier, dass zum Beispiel 100 Dreads hat, mal gut ab, muss ich sagen. Da gebe ich offen ehrlich zu, das war Clickbait. Aber teilweise wollte ich euch auch davor warnen, kauft euch keine Skins, damit ihr einfach nicht euren Account verliert. Das war nämlich mein Hauptthema, der Gedanke. So, was haben wir denn noch? Heide dich innerhalb von 10 Sekunden. Aber ich sage ja, ich bin ein kleiner YouTuber. Also klar, manche von euch würden sich schon denken, boah, so Aufrufe hätte ich auch gern. Aber jetzt gucken wir mal der Wahrheit ins Gesicht. 23 Aufrufe hat das Shop-Video heute. Grüße gehen raus. Dann 16 Aufrufe hat jetzt das Video, was den Switch Cup betrifft. Gut, hier Sammle Barren, das ist die Wochenaufgabe. 96 Aufrufe, Erntefrüchte, nur 22. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, so nach dem Motto, ach, ich lade mal einen Video hoch von der Aufgabe und das knallt dann rein. Zum Beispiel, das hier ist jetzt mal wieder ein bisschen erfolgreicher, bringe ein Fahrzeug zur Tankstelle. Aber ihr seht ja schon, für 4000 Abonnenten, in Anführungszeichen, ist es halt schon wenig. So, dann, ihr wisst, ich habe mit Wahlheim ein bisschen angefangen. Da kamen aber auch einiges an Aufrufen zusammen, weil die 500.000 Aufrufe habe ich definitiv geschafft. Da geht natürlich auch wieder ein Gruß an euch raus. Also Wahlheim ist schon ein bisschen besser. Aber da hatte ich halt auch den Hintergedanken, das Spiel ist ziemlich gut. Also ich mache halt nicht irgendwie, ich mache nicht irgendwelche Tipps und Tricks, wenn ich das Video, äh, das Spiel an sich überhaupt nicht feiere. Also da sah ich schon direkt, dann habe ich überhaupt keinen Bock da drauf, also da sind mir auch die Klicks egal. Aber Wahlheim hat wirklich Spaß gemacht, beziehungsweise macht auch immer noch Spaß. Aber irgendwie, gefühlt bin ich wirklich wieder auf Fortnite hängen geblieben. Das ist echt, es ist komisch. Es ist halt wie so eine Hassliebe, in Anführungszeichen. Ja, dann geht es halt hier weiter. Ihr seht es ja, da 1000 Aufrufe, da 1000 Aufrufe. Aber, zum Beispiel hier nur 64, hier nur 57. Und dann, was haben wir noch? Irgendjemand war da noch, äh, warte, eigentlich das Erfolgreichste von Wahlheim. Zum Beispiel Server-Suche. Ihr seht, Server-Suche erfolglos, wie wir das hingekriegt haben, daher, aber ihr seht ja auch Dislike-Like-Verhältnis. Ähm. Ist mau, aber dann hier, Multiplayer-Server beitreten, hat nur 46 Aufrufe. Aber, Server wird nicht angezeigt, mit Lösung, hat dann 1200. Also, manchmal ist es halt wirklich ein ganz schmaler Grad. Aber, jetzt gehen wir in die aktuellen Zahlen rein und natürlich, was ich bisher verdient habe. Achtung, jetzt sind wir im Live-Bereich. Also, in den letzten 28 Tagen habe ich 27.000 Aufrufe. Ihr seht selber, ja, vorne, Anfang des Monats, beziehungsweise, das hier sind ja immer 28 Tage. Welches Datum war hier? Am 5. Februar 127 Aufrufe. 200 Aufrufe. Aber, ich muss sagen, ohne, dass ich irgendwas gemacht habe, ne? Also, das darf man dann auch nicht vergessen. So, geschätzter Umsatz in den letzten 28 Tagen jetzt 50 Euro. Das ist nice. Ganz ehrlich, bin ich auch wirklich zufrieden mit, um Gottes Willen. Aber, ihr wollt natürlich mehr wissen, weil die letzten 28 Tage, gehen wir mal, allein nur hier die Woche. Hier die Woche, 23 Euro. Ich sag ja, andere sitzen halt vorm Fernseher. Ich setze mich halt in den Rechner und das halt nur wirklich wegen Aufgaben, Wahlheim, Livestreams. Warte, lass mich überlegen, Livestreams. Ne, kamen auch keine Spenden rein, also das jetzt wirklich nur durch Aufrufe. Dann gehen wir auf 90 Tage. Und da seht ihr ja selber, Videos hochgeladen, nichts. Einfach nichts hochgeladen. Deshalb auch hier, an meinem Geburtstag, 52 Cent, 16 Cent, 21 Cent, 2 Euro. Gut, warum hier? Warte, wo ist die Spitze? 3 Euro. Ich hab keine Ahnung warum. Aber ihr seht auch, Abonnenten natürlich auch verloren. Ist natürlich klar, einige Spielen können vor, nicht mehr. Es gibt besseren Content. Um Gott, ich sag immer wieder, ich schneide nichts, ich mach das nur als mein Hobby fertig. So, jetzt kommen wir auf die letzten 365 Tage. Da sind wir dann schon bei 459 Euro. Und ihr seht, ich habe da nichts hochgeladen. Also das ist wirklich schon krank. Ich habe in diesem Zeitraum eigentlich nur ab, äh, wie viel denn am 19. glaube ich habe ich, ja am 19. müsste es gewesen sein, die ersten Videos hochgeladen. Hier die Aufrufe sind alle nur von alten Videos. Hier müsste ich doch eigentlich schon ein Video aufgenommen haben. Aber ihr seht, hier wird doch nichts angezeigt. So, aber ihr seht auch, 169.000 Aufrufe ist 51% weniger. Also ihr wisst, dass davor kommt meine YouTube-Zeit in Anführungszeichen. Also wenn ich das so sagen kann, Achtung, unbegrenzt, jetzt kommt All Time. Zack. Ja gut, nur hier wird die neuen angezeigt. Ich muss gleich mal gucken, wann ich das letzte Video da hochgeladen habe. Aber ihr seht es ja schon, im Sommer, ja hier habe ich wieder hochgeladen. Da war ich aber auch live im April. Und hier die zwei Spitzen. Die Leute von euch können sich erinnern. Das ist, wo ich die 200 Euro jeweils an einem Tag gespendet bekommen habe. Und da seht ihr einfach mal, warte mal, bleibt es stehen. So viel bleibt mir dann von 200 Euro hängen. 200 Euro wurden donated. Und es kommen ja noch die Aufrufe an dem Tag dazu. Also wenn ihr wirklich Geld spenden wollt, dann tut es wirklich bitte einfach über Tipee streamen. Weil da wird halt nicht so viel abgezogen und nicht über YouTube. Aber ihr seht schon, da bleibt einiges hängen. Und geschätzter Umsatz insgesamt 1167 Euro. Und da ich ja noch Kleingewerbe habe und das hier alles offiziell läuft, kann sich das eigentlich sehen lassen. Und ihr seht, 516.000 Aufrufe. Bevor ich quasi wieder angefangen habe, hatte ich glaube ich, lasse mich lügen, 495.000. Aber auf jeden Fall, auch da kann ich nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank an alle. So, jetzt haben wir noch den Umsatz. Warte mal. Ja, hier seht ihr zum Beispiel im Februar hatte ich 39 Euro. Im März sind wir jetzt bei 11 Euro. Und da war ich total inaktiv. Und trotzdem kommt Geld rein. So, jetzt kommen die Videos mit den höchsten Einnahmen. Das war da einmal, wo halt das Geld gespendet wurde. Seht ihr ja, Transaktionen. Da sind wir dann, wenn Spenden reinkommen oder Mitglieder. Also, reine Videos ist im Prinzip das erste mit Eliminierung. Das hat mir jetzt 41 Euro gebracht. Probezeit. Einfach nur, rette die Welt. Einfach nur die eine Mission gemacht. Aufgenommen. Ihr guckt euch das Ganze an. 41,14 Euro. Also, es ist schon... Und so geht es halt immer weiter. Aber ihr seht halt, das ist immer dann euer Support. Anhand von Spenden, Mitgliedern. Also, da kam halt auch schon logischerweise einiges zusammen. Man kann das nicht so auffiltern. Ja. Also, wenn man sich das alles dann zusammenrechnet, was von euch dann reinkam, ist natürlich deutlich weniger durch die Auf... Im Prinzip habe ich dann nur durch Klicks. Reine Klicks. Im Prinzip 600 Euro gemacht. Oder? Berechne ich mich jetzt? Ja, 600... Ja, 700. Ja, 600? Leute, mein Mann ist jetzt gerade ganz los. Ne, noch nicht mal. Ach, hier steht ein Leute. Ich bin hier groß am Rechnen. Hier steht es. Also, allein nur mit Klicks halt 561 Euro. Mit grob 500.000 Klicks. Also, die goldene Regel zählt halt immer noch. Pro 1000 Klick hast du 1 Euro. Und, ja, was wollte ich eigentlich noch zeigen? Das war es eigentlich schon soweit. Wie gesagt, ich wollte euch einfach mal einen Blick geben, wie die Zahlen so sind. Weil manche immer denken, wow, 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 du musst ja schon, was weiß ich, wie viel verdient haben. Es ist schon ordentlich, um Gottes Willen. Aber es ist nicht so viel, wie manche denken. Aber wenn man sich die Zahlen dann anguckt, weiß man auch, was die großen verdienen. Aber die Zahlen sind ja auch stellenweise offengelegt. Und in dem Sinne, das war einfach nur mein kleiner Einblick. Bei Twitch kann ich das Ganze natürlich nicht machen. Die erlauben das nicht. Bei YouTube ist es erlaubt. Und in dem Sinne, danke nochmal für euren ganzen Support. Und ich hoffe, wir haben noch eine erfolgreiche Zeit. Allein, was Streams betrifft, Videos. Und in dem Sinne, haut rein.